Wollen uns die Grünen für den Klimawahn die Heizung runterfahren? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, derzeit erleben wir eine Krise nach der anderen. Zur Erinnerung, in der Vergangenheit wurden in keinem anderen Land so viele Wirtschaftsflüchtlinge aufgenommen wie in Deutschland. Nirgends spielt Corona noch eine Rolle, außer in Deutschland. Nirgendwo explodieren die Preise so sehr wie bei uns. Und nirgendwo muss die Bevölkerung um die Energiesicherheit so sehr bangen. All diese Krisen treffen vor allem Deutschland. Und noch bevor diese Altlasten überstanden sind, kommt jetzt noch der Ukraine-Krieg hinzu und vervielfacht den Druck noch einmal. Aber warum trifft es Deutschland so besonders hart? Es liegt an einer inkompetenten und ideologisch verbohrten Regierung im Land. Getrieben von einer grünen Utopie, die die Rettung des Klimas verspricht, wird der Wohlstand und die Sicherheit Deutschlands auf dem Altar des neuen Klimakults geopfert. Reale Probleme zählen nicht mehr. Was zählt, ist die Rettung des Klimas. Ich möchte ein für mich bezeichnendes Beispiel nennen. Als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise und die Energieunsicherheit gab das Umweltbundesamt eine Pressemitteilung heraus, in der die Damen und Herren dieser Institution eine Lösung für die Krise anbieten wollten. Man denkt nicht etwa daran, dass von den 200 Milliarden Euro Schulden abzusehen wäre, die man für das Klima aufnehmen will und den Bürger so entlasten könnte. Nein, stattdessen sollen Haushalte sparen. Die Menschen sollen einfach die Wohnungen um 2 Grad weniger beheizen und man solle einfach einen wassersparenden Duschkopf einbauen. Logisch, oder? Aber es geht noch weiter. Laut der Mitteilung wird auch die Einführung eines Tempolimits gefordert. So könnte man 5,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Äh, Moment mal, was hat das jetzt mit CO2 zu tun? Es ging doch eigentlich um Energiesicherheit und zu hohe Preise. Bezeichnend, nicht wahr? Da hat wohl irgendjemand in Wirklichkeit gar kein Interesse an der Entlastung der Bürger. Diesen Leuten sind die Sorgen und Nöte der Bürger nämlich völlig egal. Was für diese Leute zählt, ist Klima, Klima und nochmals Klima. Wie dreist muss man obendrein sein, in solchen Zeiten ernsthaft solche Vorschläge zu machen. Es ist typisch für die Grünen. Menschen zählen nichts in deren Vorstellung. Es geht einzig und allein um deren Gottheit. Das Klima. Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn. akaatralia. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.